Hey Leute, willkommen zu einer Runde Badwurst und nebenbei ein kleines Info-Videochen. Und zwar, ich werde jetzt versuchen, jeden Tag ein Video rauszubringen. Ähm, ja, jeden Tag. Also, ja. Ähm, sei denn, wenn ich jetzt einmal nicht kann und ich in Urlaub bin, möchte ich jetzt eigentlich ankündigen. Sei denn, ich bin irgendwie mal beim Arzt oder irgendwo, dann kann ich natürlich dann jetzt nicht... Okay, da baut sich schon drüber. Ähm, ja, dann kann ich ja jetzt nichts sagen. Jedem mal ein Info-Video machen. Ich werde jetzt versuchen, jedes Mal wirklich ein Video zu machen. Auch wenn es mir nicht glaubt. Trotz Schullicht, ich werde es machbar machen. Ähm, und zwar montags soll, ähm, rund um PvP ein Video kommen. Also, ähm, ja. Das mal dazu. Oh, meine Jacke hängt hier so komisch. Ähm, genau. Ähm, montags soll, rund um PvP irgendwie. Eins versus eins kam ja gestern. Und so weiter. Ähm, das ist ja. Ich schieße mal nur einen Bogen ab. Gar nicht gut. Ähm, ja. Dienstag soll halt, ähm, eventuell ein Info-Video kommen. Bin ich rot, ja. Da. Oh, am Boden. Wer steht da mit dem Bogen? Ich hab keine Blöcke. Ich bin so dumm. Lol. Nein. Nein. Das hat mich geckelt. Mittwoch. Ähm, soll halt, ähm, Let's Adventure sein. Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Dann halt immer Let's Adventure. Genau. Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Und wenn ein Let's Adventure nur zweimal ist, da mach ich halt, fang ich gleich schon mit dem neuesten an. Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Wenn ein Projekt ist, wäre der Weg, dass sich alles ändert. Nämlich, dann kommt jeden Tag dieses Projekt. Plus noch ein anderes Video. Plus noch die anders andere Video. Genau, das war's eigentlich grob gesagt dazu. Dann, ähm, Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Immer drei Tage in der Woche. Und Samstag und Sonntag soll halt, ähm, also, also, Mittwoch, Donnerstag machen. Nee, 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 nee. Ich hatte das eigentlich anders geplant. Mittwoch und Donnerstag ist Let's Adventure. Und Samstag. Mittwoch, Donnerstag und Samstag. Freitag möchte ich ein, ähm, Top-5-Video machen. Äh, so sollte ich das nennen. Top-5 soll heißen, ich werde, ähm, Freitags immer so, Top-5, zwar wie Top-5-Server, Top-5-Texture-Packs, Top-5-Shader. Solche Sachen halt machen. Das möchte ich Freitags machen. Genau. So, dort gibt's eigentlich groß nichts mehr zu sagen. Und, genau, äh, Top-5 und Samstags und Sonntags ähm, kommt dann auch noch ein PvP-Video zum Abschluss der Woche. Mach ich dann noch mal ein PvP-Video. Und, ja. Ja, ähm. Wollte ich mir erstmal einen Bogen machen, gerne. Wow. Boah. Wo war das genau? Ich hätte jetzt echt gedacht, das wäre mein Ende gewesen. Puh. Ich muss erstmal hier ein bisschen recken. Okay. Ich ging, glaube ich, im ersten Mal. Alter. Warum treffe ich denn den nicht? Ah, eigentlich kann ich den lassen. Senden. Mein Gott. Nein, nein. Was? Wie hat denn der mich jetzt getroffen, Mensch? Ich weiß doch, was zum Kotzen ist das. Ich nehme, mach mal jetzt hier die Washer-Taktik. Mach mal jetzt hier die Washer-Taktik. gut. Gut. Gut mon. Gut. Nein, ja, ja, ich habe überlebt. Nein, der hat mich gekriegt. Eine Washer-Taktik kann man mit solchen gut ausgerüsteten Typen nicht machen. Ein drittes vielleicht für ein Schwert. Okay, sonst habe ich alles gemacht. Ich werde jeden Tag versuchen, ein Video hochzuladen. Und ich verpropfe es auch, dass ich es schaffe, ne? Aber das ist dann eine andere Sache. Schwülisch und sowas. Schreiben wir jetzt nochmal richtig viele Arbeiten. Da kann ich nicht so die ganze Zeit vorm PC sitzen, ne? Und irgendwie ein Video für euch aufnehmen. Okay, gleich mit dem. Jawohl. Jawohl. Alter. Der Tod. Oder der nur Tod. Oder der nur Tod. Scheiße. Oh, nur noch ein Knüppel. Und natürlich zum Wehren eventuell. Spitzhacke. Und zum Foden. Ich werde den hier weit machen, hier ein bisschen. Ah, das haben die kaputt gemacht. Ach, da. Okay. Hol' ich mir gleich da nochmal eine dicke Ausrüstung. Und wir werden die Runde auch nochmal sieghaft darstellen. Ich hab' keinen Bogen jetzt. Aber erstmal egal. Ob wir die Mitte nicht halten können. Alter, war das knapp. Scheiße. Der kriegt mich. Nein. Darüber muss ich jetzt. Nein. Wo kam denn der Mistkerl her? Die machen das sehr, sehr, sehr tricky machen die das. Die machen das auch. Alter, hackt der? Guckt doch mal an, wie der... Nee, nee. Da kommt der ja eh nicht weiter. Unser Bett wird zerstört. Unser Bett wird zerstört. Nein. Nein. Jetzt gehen die alle in die andere Richtung und dann wird wird zerstört. Wenden. Mann. Die haben's auch auf uns abgesehen. Haben die jetzt... Hat einer jetzt einen Bogen? Nein. Ich mach mal ein Knüppel, komm in den Knüppel holen wir uns noch. Was kommt da? Das war aber dumm von dem. Gut gemacht von dem. An sich die Idee. Genau, muss er erstmal jetzt hier. Hier drauf. Uh, war das knapp. Ja. Ja. Okay. Jetzt nur noch gelb. Nein! Okay. Da wurde ich runtergehauen. Von einem anderen Team. Egal. Neuer Start. Neuer Start ist eine neue Herausforderung. Noch ein paar möchte ich gerne haben. Damit man die wenig dicke Rüstung machen kann. Und dann geht's auf hier, auf hier. Neun. Noch einen brauche ich. So. Wenn man das erst mal hat, geht's mir vor. Boah. Boah. Was ist das so? Boah, was haben die für einen starken Bogen. Alter, war das knapp. Das, ohne Spaß. Ich hatte auch meine Rüstung nicht an. Aber das war ohne Spaß, habt ihr gut gemacht. Das kommt da, glaube ich, jemand von einem anderen. Nee. Scheiße. Okay, jetzt brauche ich hier nur noch mal ein paar Blöcke. Essen habe ich ja genug. Blöcke. Noch. Nein. Und. Ich habe den Mist, wenn ich jetzt stotte. Ich habe den Mist, wenn ich jetzt stotte. Nein Ok Nein Mann Mein Gott Mein Gott Nee Ich muss jetzt immer drauf gehen Noch einen brauche ich Du kannst doch nicht gleichzählend sein Guck dir Jetzt gehen die wieder taktisch hier vor Ich bin so angespannt, das ist unnormal Eigentlich reicht das Ich muss natürlich jetzt mal wieder übertreiben Achso, das ist echt Nein, oh ich bin so dumm Das hat noch einer Bogen Ich laufe hier fast raus Nein Scheiße Oh, wäre ich nicht runtergeflogen Ich hätte beide getötet Schnell, jetzt muss ich los Jetzt muss ich los Jetzt sind alle tot Sind da genau elf Jetzt muss ich mich beeilen Ich bin so dumm Egal gut, dass ich noch einen habe Falls ich zum Bett rankomme, brauche ich eine Spitzhacke Und Noch Ein Knüppel notfalls Nur noch für Essen und Steine besorgen Steine jetzt erstmal Das reicht mir auf jeden Fall Und das Restliche reicht auch für Essen Die könnten schon einen Bogen haben Das wird nichts Das wird nichts Das wird nichts Das wird nur nichts Einer hat sich schon ausgerüstet Und die haben jetzt schon lange Ja, Bogen Und dort komme ich nicht drüber Ach, da ist der Weg Ich bin so ein Dab Oh, danke Hast du mich geboostet Alter Der gleut doch noch noch Back an Gerade bin ich fertig geworden Mit dem Mausrüsten Und dann ist da so ein Penner Der tötet mich einfach Haben ihn runtergeschossen Wow Scheiße, ich glaube ich bin im Arsch Wir sind im Arsch Das war einmal ganz richtig knapp für uns Oh Mann Wieso bin ich denn da runtergeflogen noch? Der Ruf ist gestorben Und dann wurde der auch noch geflogen Ich mach noch Ich mach erst Ne Was ich noch Scheiße, okay, wir sind im Arsch Ich schau da jetzt einfach einmal drauf Die machen halt auch gut im Teamwork Ja Du hast es doch kacke Nein Dann würde ich sagen, dann war es das für diese Folge War jetzt eine lange Bad Wars Runde Wenn es euch gefallen hat Lasst einen Daumen nach oben da Bis zum nächsten Mal Und tschö